Im Moment ist es nicht nur eins. Was soll man dann nochmal bei hier drüben? Ah, ja genau. Der grüne Scheide. Der grüne Scheide. Vor allem nachdem man den grünen Schalter aktiviert hat. Natürlich wollen wir speichern. Fünf, sechs, sieben, acht. Zubi. Ein geheimer Stellen des Schlosses. Speichern und weiter. Äh, ja. Gehen wir gleich nach oben und machen dort auch noch den letzten Stern. Weil dann haben wir den auch hinter uns. Und können uns ganz in Ruhe hier unten mit beschäftigen. So. Dann haben wir jetzt alle Schalter aktiviert. Könnte ich rein theoretisch erstmal die Geisterwelt machen. Bevor ich da unten weiter mache. Ne, komm. Und hopp. Uh. Äh, ok, jetzt hab ich nen Schluck auf. Oder auch nicht. Alles hier eben so ganz, ganz komisch angefühlt. Na los, Mario, ab nach unten mit dir. Ah, hab ich den. So. Oh. Ah. Can I come out of here? Yeah. Ah, hab ich noch. Ah, hab ich noch. Ah, hab ich noch mal. Ah, hab ich noch mal. Oh Mann. Äh, speichern weiter? Dann hätten wir hier oben, so weit ist, gehend alles fertig. Können wir uns eigentlich mehr oder weniger auf die Geister jetzt kümmern. Vor allem, was suchen Geister am helllichten Tag im Schloss? Was ist denn mal, wie war das? Ach so. Problem auch gelöst. Big Boos Burg. Gehe auf Geisterjagd. Okay. Komm nur nähe. Hihihi. Mach ich doch mal gleich. Äh, ja. Das werde ich meinen großen Bruder zählen. Dann kannst du aber was erleben. Okay. Mach das. Das werde ich meinen großen Bruder erzählen. Dann kannst du aber was erleben. Okay. Boah. Jedes Mal hab ich da Angst, wenn ich da rumgehe. Okay. Die Augen sind immer sehr, sehr geil. Das werde ich meinen großen Bruder erzählen. Oh, wir haben ja nur das gleiche. Äh, jetzt verstehe ich warum. Oh, zwei mit einem Streich. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Und warum bin ich jetzt draußen? Ich hab dich da draußen. Äh, komm. da hast genug ja aber nicht allzu viel springen müssen ja jetzt haben wir schon 42 minuten das schneide ich auf jeden fall nachher noch aber einstellen muss noch sein besuche big bus carousel ich weiß nicht nur wo das noch mal war ne komm hier bin ich irgendwo war der scheiße mal gucken also ich am mario stell hätte ja komplett angst hier ok hier ist man nicht lang da ja 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 Na! Sieht doch! Und Stell Nummer 2 in diese Welt! Sehr gut! Speichern und weiter! Na, ich glaube, einstellen werde ich noch mal! Einstellen werde ich hier noch mal in dieser blöden verdammten Welt! Sag mal, du blöder Geist! Oh ja! Löse das Bücherrätsel! Nullo Probleme! Kein wirkliches Rätsel! Ich muss bloß mal gucken! Wegen diesen Bücherrätsel! Wo das genau ist! Wollen wir mal gucken! Was ist hier drinnen gewesen? Ne, das ist ein Klavier! Ne, dann war das O! Ja, sorry, dass ich wieder unterbrechen musste! Aber es hat eben an der Tür geklingelt! Und wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja! Ah, genau! Genau! Nein, da ist es nicht! Bücherrätsel! War das vielleicht... Ach, was mache ich denn hier? Da bin ich doch gar nicht lang! Ab! Geht doch! Nein, nein, da will ich auch nicht hin! Das geht mir im Allgemeinen gut um das blöde Scheiß Bücherrätsel! Mal gucken! Da haben wir ein Auge! Da können wir uns nochmal fünf Münzen holen! Geht doch! Geht doch! Auch nicht! Wie ist das? Ah, genau! Ah! Wurde ich wieder raus... Wo, wo, wo! Was ich im compositeente Spenn? Wo, wo, wo! Was ich ins nie? Nein! Scheiße… Das war gut, das war das. Geht auch. Hopp, 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 hopp. Weiter, hoi! Juhu! Und der Sternnummer... Hi! Sternnummer... Drei? Ja, Nummer drei müsste es sein. Dann mache ich hier an dieser Stelle mal Schluss und...